Gruß Freunde! Wahrscheinlich kennt jeder von euch den Riesenpanzer Maus aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber wenn ihr meint, dass nur Hitler an dem Gigantismus-Wahn leidete, dann seid ihr auf dem Holzweg. Heute erzähle ich euch über den deutschen Riesenpanzer des Ersten Weltkrieges, den Kolossalwagen, oder kurz K-Wagen genannt. Ende März 1917 wird in Deutschland die Forderung zur Entwicklung eines Überpanzers gestellt. Die Konstruktion wurde von dem Hauptmann der Reserve und Ingenieur der Verkehrstechnischen Prüfungskommission Josef Vollmer sowie dem Hauptmann Weger entworfen. Am 28. Juni 1917 wurde das Projekt durch das Kriegsministerium angenommen. Der Wagen sollte sage und schreibe eine 30 mm Panzerung erhalten. Als Bewaffnung sollten 2 bis 4 Kanonen mit Kalibern 50 oder 77 mm dienen. Die 4 MGs und 2 Flammenwerfer sollten noch als Zusatzbewaffnung dienen. Zuerst wollte man sogar 8,8 cm Geschütze von Krupp einsetzen. Diese erwiesen sich jedoch als ungeeignet. Ebenso die leichten 7,7 cm Feldkanonen 96 NA. Daraufhin stellte die Artillerieprüfkommission 7,7 cm Geschütze aus dem Festungsbau zur Verfügung. Diese hatten eine Kaliberlänge von L27 und konnten bis zu 15 Schuss pro Minute abgeben. Die Schussweite der Springgranate betrug 7.800 m, die der Karteche bis zu 600 m. Es konnten bis zu 200 Granatpatronen mitgeführt werden. Die Besatzung sollte aus 18 Mann bestehen. Als Antrieb sollten 2 Motoren mit 2 bis 300 PS dienen. Das Gewicht sollte satte 100 Tonnen bei 13 m Länge betragen. Die Entwicklungszeit wurde auf ein Jahr bestimmt. Doch das Oberkommando reduzierte diese Zeit auf 8 Monate. Die Vorserie sollte 10 Maschinen umfassen und der weitere Auftrag für 100 Maschinen wurde zugesagt. Da die meisten Komponente komplett neu aus dem Nichts entwickelt werden mussten, waren die gesetzten Termine kaum einzuhalten. Das Gesamtkonzept wurde von den britischen Tanks aus geliehen mit der umlaufenden Kette und der Anordnung der Bewaffnung in den seitlichen Sponsons oder Sponsonen, zu deutsch Schwalbennest oder ERK. Aber der Innenraum wurde ähnlich dem deutschen Sturmpanzerwagen A7V unterteilt. Der Kampfraum und der Steuerraum lagen im Vorderteil, der Motorraum lag hinten. Im Steuerraum waren zwei Fahrer. Auf dem Dach des Panzers im Vorderteil wurde eine zylindrische Steuerkuppel angebaut. Es war ein zylindrischer kleiner Turm mit Sichtschlitzen und einer Lucke. Diese Kuppel war für den Panzerkommandeur und den Artillerieoffizier gedacht. Bei der Projektierung hat sich herausgestellt, dass die Besatzung 22 Mann beinhalten wird. Die Wanne wurde aus großen gewalzten und gebogenen Panzerplatten zusammengebaut, die mittels Schrauben und Nieten verbunden waren. Auf dem Dach der Schwalbennester waren Lüftungsgitter angebracht. Im Laufe der Entwicklung erhöhte sich das Gewicht bis auf 150 Tonnen. Also musste man sich nach neuen Motoren umsehen. Es wurden zwei Daimler Motoren ausgewählt, die je 650 PS leisteten. Die Abgasrohre und die Kühler wurden am Dach im hinteren Bereich der Maschine angeordnet. Der Treibstoffvorrat betrug 3000 Liter. Für den Eisenbahntransport musste der Panzer in 15 bis 20 Teile zerlegt werden. Zum Verladen der Teile der Fahrzeuge sollten extra Hebezeuge gebaut werden mit 4 Meter Hubhöhe und entsprechender Hubkraft. Eventuell hätte man hier die Hebezeuge für die 30,5 und die 42 cm Mörser verwenden können. Die Montage sollte bei der Firma Riebe in Berlin stattfinden. Die Baukosten sollten ursprünglich 600.000 Reichsmark betragen. Doch sie stiegen fast täglich ab dem ersten Montagetag an. Im Sommer 1918 waren die Montagearbeiten noch im Fohlen Gange. Bei den Vulkanwerken in Wien wurden 20 elektromagnetische Kupplungen bestellt, von denen erst 6 Stück geliefert werden konnten. Wie der praktische Einsatz aussehen sollte, ist schwer zu verstehen. Offensichtlich dachte das Oberkommando, die Verteidigungsstellungen mittels dieser Monster durchbrechen zu können. Doch bereits am 18. Oktober 1917 wurde durch die zuständige Abteilung 7 des Verkehrswesens erkannt, dass solche Panzer nur für Positionskampf geeignet sind. Ende Oktober 1918 war der erste K-Wagen fast fertig. Der zweite K-Wagen war auch fast fertig. Leider musste diese einzigartige Maschine nach dem Abschluss des Versailles Vertrages verschrottet werden. Es wurde nicht einmal eine Erprobung genehmigt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Freunde. Wenn ihr noch mehr historisches Material wollt, bitte liken, kommentieren, abonnieren, Video verteilen. Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.